Alarm, Alarm, Alarm. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren LS22 News hier auf Kornhub. Es ist gerade eben passiert, unerwartet und sieht auch dementsprechend etwas, ja, wie soll man sagen, leakhaft aus. Astragon Entertainment, der Publisher für den LS22 im Dachbereich, hat soeben die Inhalte der Collectors Edition geleakt, könnte man schon fast sagen und ja, das schauen wir uns jetzt einfach an. So, das ist das Bild von der LS22 Collectors Edition, wie man unschwer erkennen kann. Es handelt sich dabei um offizielles Material von Astragon Entertainment über ein E-Mail Newsletter, also kein Fake oder sonst was und wir sehen hier wirklich die Collectors Edition vom LS22 und Mashallah sieht das Ding geil aus. Erhält sich ab Herbst 2021, wer hätte es gedacht und wir sehen hier die Collectors Edition in einer neuen Ausführung. Wir haben eine Rundumleuchte, eine USB-Rundumleuchte mit dabei, die auf Ingame-Maschinen reagiert. Das heißt, wenn man scheinbar ingame die Rundumleuchte anschaltet, geht diese Rundumleuchte, sofern wir sie per USB am PC mit verbunden haben, ebenfalls an. Ebenso gibt es natürlich wieder Modding-Tutorials, diesmal als DVD in der Version 5.0. Wir haben hier das Hauptspiel, das sieht aber eher noch nach einem Artwork aus, als wie nach einem wirklichen richtigen Cover. Wir haben 24 Hersteller-Sticker, gut, das kennt man bereits, sowie zwei A2-Poster. Hier haben wir, wie gesagt, die Collectors Edition, schön in schwarz gehalten, mit Case als Aufdruck vorne mit dran. Das sieht wirklich sehr, 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 sehr schick aus. Ebenso hat Astragon Entertainment in ihrer E-Mail jetzt auch nochmal, wir haben das zwar jetzt auch schon von Giants bestätigt bekommen, bestätigt, die US-Map auf dem LS22 heißt Elms Creek. Ja, das hatten wir aber auch schon jetzt vorher an den anderen Dings noch mit dazu gehabt, deswegen jetzt keine absolute Neuigkeit. Das ist aber der Leak, das ist die LS22 Collectors Edition. Eigentlich alles beim alten, also Sticker kennt man, Modding-Tutorials, Poster, hier aber dementsprechend jetzt eine Rundumleuchte, die auf Ingame-Maschinen reagiert. Wir fragen bei Giants an, zwecks Interview, dies, das, Ananas, ob sie uns da mehrere Details sagen können. Wenn es soweit ist, seht ihr dann das Video hier auf diesem Kanal. Das nur eine ganz kleine Quickie-News, die jetzt einfach so reinkam. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin raus. Tschüssikowski. Tschüssi.